Tagesdosis Klimaleugner, Klimagegner oder wer sind die wahren Schuldigen am Klimaumschwung? Ein Kommentar von Bernhard Leuen Beim Thema Klima geraten die Menschen in diesem Land aktuell, freundlich formuliert, aneinander. Widerspruch wird von der jeweiligen Seite nicht geduldet. Unteilbar ist die mehrheitliche Meinung, um das Klima steht es nicht gut in diesem Land. AfD-Politikerinnen, Wähler und Sympathisanten haben es gerade besonders schwer. Sie erleben nicht nur eine breite gesellschaftliche Ächtung, nein, zudem müssen sie sich dem Vorwurf stellen, in doppelter Hinsicht Klimaschädlinge zu sein. AfDler unterstützen nämlich am wenigsten die These des menschengemachten Klimawandels und sorgen damit auch, neben natürlich noch anderen Themen, für ein schlechtes gesellschaftliches Klima. Laut Umfragen aus dem Mai diesen Jahres denken 35 Prozent der AfD-Wähler dass der Mensch nicht für den Klimawandel verantwortlich ist. Das bedeutet zwar, dass knappe 60 Prozent das Gegenteil denken, aber alles, was AfD-Meinung ist, muss für dunkle Wolken am Himmel sorgen. Viele Menschen, speziell die Journalie und der öffentlich-rechtliche Rundfunk, rätseln und mutmaßen über den stetig wachsenden Erfolg der Partei, dem Zuspruch für die AfD. Favorisiertes Gegenwartsargument der Stunde, der Ossi ist schuld. Wer sonst? Zudem muss noch abschließend geklärt bzw. erklärt werden, worin sich die Gründe für den Zuspruch im Osten des Landes finden. Kuriosum? Es mutet skurril an, dass ein geringer Prozentsatz von Ostdeutschen verurteilt wird, eine westdeutsche Partei zu wählen. Die AfD, eine Ostpartei, die jedoch eine eindeutige Westpartei darstellt. Seit ihrer Gründung im Jahr 2013 in Berlin ist diese Partei annähernd zu 100 Prozent in der Führung mit Westdeutschen besetzt bzw. im Bundestag und Öffentlichkeit vertreten. Meuthen, Weidel, Höcke, Gauland, von Storch, Pasterski, Junge, Gottschalk, Friedhof, Glaser, Kalbitz, Höchst, Kurio, Hampel, ja, Urban in Sachsen, einer der wenigen Ostdeutschen in Spitzenposition. Warum, wieso trotzdem der Erfolg im Osten des Landes? Ein Artikel in der Taz vom Dienstag dieser Woche könnte Aufklärung leisten. Geschrieben von Udo Knapp, einem ehemaligen SDSler, dann Grünen und schlussendlich SPDler, zeigt aber vor allem, wie tief die Gräben, das Unverständnis einander, auch noch im 30. Jahr der Grenzöffnung vorzufinden sind. Der Artikel wurde überschrieben mit, Zitat, Ostdeutschland und die AfD, Mythos-Revolution, Zitat Ende. Schon mit dem Folgesatz weiß der potenzielle Leser, wo die Reise hingehen soll. Zitat Die meisten Ostdeutschen tun sich mit der Freiheit schwer, weil sie als DDR-Bürger die Diktatur mitgetragen haben. Der Erfolg der AfD passt dazu. Zitat Ende. Der Taz-Text ist für alte und junge DDR-Hasser, für Westdeutsche mit chronischen Ost-Antipathien und für Gegner der Partei AfD. Also dem Sinnbild des Taz-Lesers. Nach der üblichen DDR-Diktatur-Deutung, Zitat, Die Mehrheit der dort gebliebenen 14 bis 16 Millionen Menschen haben die DDR-Diktatur nicht nur erlitten, sie haben sie mitgetragen. Sie waren mehr oder weniger Loyale an ein Leben in der Diktatur angepasste Bürger. Ihr Mitmachen bei den Nazis ging bruchlos in das Mitmachen bei den DDR-Sozialisten über. Zitat Ende. Die sehr aufschlussreiche Interpretation des Rückblicks der Ereignisse seit 1990. Zitat Ein erfolgreiches Zusammenführen? Schon dieser Teilsatz wird vielen Menschen im Osten dieses Landes sauer aufstoßen. Der zweite Teil ist arrogant und anmaßend. Die folgenden zwei Sätze mit Sicherheit für viele Menschen ein Schlag ins Gesicht. Zitat Wann wurde doch gleich die AfD gegründet? Dieser These widersprach der Berliner Tagesspiegel am 1.8. Zitat Der typische AfD-Wähler ist ein Mann jüngeren oder mittleren Alters. Zitat Ende. Es wird gerätselt. Zitat Was ist los im Osten? Zitat Ende. Die Überschrift dieses Artikels zeugt von gefühltem Wissen. Zitat Protest trotz Wohlstand. Sie wählen die AfD, weil es ihnen gut geht. Zitat Ende. Auch hier fragliche Deutungshoheiten. Zitat Vielleicht wählen viele Ostdeutsche die AfD, weil es ihnen gut geht. Sie leisten sich den Protest, weil sie ökonomisch abgesichert sind. Zitat Ende. Woher die folgende Zahl stammt, ist nicht hinterlegt. Zitat In Sachsen beurteilen 81% der Menschen ihre wirtschaftliche Situation als sehr gut bis eher gut. Und weiter In Thüringen sagen 88% der Dorfbewohner, sie seien sehr oder eher zufrieden. Zitat Ende. Diese Zahl wird begründet mit einer verlinkten Umfrage. Schaut man sich diese Umfrage jedoch genauer an, erschließen sich andere Realitäten, aber anscheinend nicht dem Autor des Tagesspiegels. Absicht Zitat der Umfrage Zitat Ende. Aha. Alles in allem. In der Armutsgefährdungsquote in Deutschland nach Bundesländern im Jahr 2018 liegen auf den ersten sieben Plätzen neben Bremen Platz 1 und Berlin Platz 5 alle fünf neuen Bundesländer. Diese Realität wird gerne übersehen bei der Suche nach Gründen für das sogenannte AfD-Phänomen. Könnte es etwaig mit dem Versagen der Altparteien aufgrund entsprechender Politik in den letzten Jahrzehnten beziehungsweise Jahren zusammenhängen? Es startete 1990 mit der Treuhand und endete aktuell im Niedriglohnsektor. Welche Rolle spielten die Grünen und die FDP in Ostdeutschland in den letzten 30 Jahren? Richtig, keine. So dumm können die Ostdeutschen also doch nicht sein. Die Linke verspielte fahrlässig ihre Chance, den Menschen fortlaufend zu zeigen, wie eine politische Alternative aussehen kann, muss. Man erinnere sich an die Diskussion der erfolgreicheren Jahre, die PDS, später die Linke, sei eine reine Ostpartei. Verlorengegangene Empathie und Unvermögen, Ideenlosigkeit werden nun gnadenlos abgestraft. Bleiben CDU und SPD Die SPD? Regine Hildebrandts Jahre gehören der Geschichte an, genauso wie der Russland-Versteher Matthias Platzing. Die CDU hatte den Wiedervereinigungsbonus, den Kanzler-Kohl-Bonus, der über Jahrzehnte ausreichte für komfortable Ergebnisse. Erfolgsgeschichten wie die des ehemaligen Kombinats Karl Zeiss, das durch den westdeutschen CDUler Lothar Späth zu jener Optik und damit einem Weltunternehmen gewandelt wurde, die glorreichen Jahre des westdeutschen Sachsen-Königs Kurt Biedenkopf gehören der Vergangenheit an. Die Ostdeutschen, die wählen gehen, hatten 30 Jahre die neue Freiheit, individuell zu wählen, zu vergleichen. Nun nutzen sie die Freiheit, das demokratische Grundrecht, sechs Jahre nach Gründung einer Partei, also einer Alternative, abzuwählen. Welch Anmaßung! Wie schaut es denn 2019 in diesem Deutschland aus, um den Taz-Autor und DDR-Kenner knapp zu zitieren, mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Humanität und Freiheitsliebe? Wird diese aktuelle Gesellschaft von einem festen Fundament getragen? Klima-Wetterfragen, Artenschutz, CO2-Steuer, Fleischsteuer, E-Autos, Öko-Kreuzfahrtschiffe, Inlandsflugverbote sind für Millionen Menschen in diesem Land schwer nachvollziehbare Diskussionen bei der Betrachtung des schlichten individuellen Daseinskampfes, bei der täglichen Aufgabenstellung zu funktionieren. Die mentale Teilsedierung über Fernsehen und Social-Media-Abusus dienen sicherlich nicht einem reflektierten, kritischen Blick auf die Politik und damit auch der Gesellschaft. Den digitalen Dealer freut es. Jedoch Menschen, Politiker, die auf sichtbare, spürbare Defizite, gesellschaftliche Herausforderungen des Alltags hinweisen und umgehend gestempelt und abgestraft werden, erhalten ihre volle Aufmerksamkeit. Der erkennt meine Sorgen. Der will was für mich machen. Hoffentlich. Der spricht eine Sprache, die ich verstehe. Ob die vermeintliche Alternative es auch ehrlich meint, ist für den Moment sekundär. Die AfD ist kein reines Ostphänomen. Das zeigen auch die steigenden Zahlen in den Altbundesländern. Bei der Europawahl verlor jedoch die AfD bundesweit 1,8 Millionen Wähler in die Gruppe der Nichtwähler. Dies zeigt, die AfD steht nicht über den anderen Parteien. Politik und zuarbeitende Medien verkennen die Klimaveränderung in diesem Land. Spiegel Online titelte gestern Abend, Zitat, Wer Fleisch höher besteuert, stellt die soziale Frage. Zitat Ende. Die finale Betrachtung des Tagesspiegelartikels absurd. Zitat, Denen geht es zu gut, hieß es früher über Kinder aus reichen Familien, die Drogen nahmen oder sich Autorennen lieferten, ohne einen Führerschein zu besitzen. Der Begriff dafür lautete Wohlstandsverwahrlosung. Man sollte Analogie nicht zu weit treiben oder eine Stimmabgabe für die AfD könnte aus ähnlichen Motiven erfolgen, in Ost wie in West. Zitat Ende. Ist dem so? Wo aktuell die Wohlstandsverwahrlosung wirklich zu verorten ist, bei welcher Wählerklientel kann diskutiert werden. Treibende Kräfte erkennen sehr wohl, dass der Wind in diesem Land sich mit Gründen dreht, an denen sie maßgeblich treibender Kraft sind. Die kommenden Folgen dieser aktuellen Klimaveränderungen werden sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Wie heißt es so schön? Der Wind kommt von vorne. Stürmische Zeiten. O �mische Zeiten. Untertitelung des ZDF, 2020